Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 29. Juni. Wie nun das Neueste für heute. Wir haben jemanden Neues auf unserer Insel. Heißen wir Christine, auf Nimmerland willkommen. Es freut mich immer sehr, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Nimmerland so besonders macht. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, eure Freunde, zu Anime Crossing New Horizons. Eigentlich wollte ich den Part morgen aufnehmen. Aber morgen kann ich nicht, weil morgen ist ja der letzte Tag und da schauen wir uns ja das Museum immer einmal an. Daher wird das heute alles gemacht. Die große Museumstour 2.0. Da freue ich mich auch wieder drauf. Also, Fossilien muss ich wahrscheinlich nicht zeigen, weil ich glaube, da hatten wir eh schon alles gezeigt. Wir gucken uns als erstes, würde ich sagen, den Shop an. Weil ich möchte auch eigentlich mal langsam hier meine Räume mal richtig schön bauen, ja. Aber ich, also gefühlt bekomme ich immer nur diese Kacke da. Also, entweder es müsste viel, viel mehr DIY-Rezepte geben. Oder hier mal verschiedene Möbel-Kategorien. Bomber-Bomber-Stehlampe. Gut, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Die kaufe ich mir mal. Nehme ich. Ach, ich habe keinen Taler. Oh. Ja gut, dann holen wir uns erst mal ein paar Taler. Ist Rainer da? Bestimmt nicht. Ne. Ich glaube, das letzte Mal, dass Rainer da war, war er vor drei Wochen. Ist echt cool. Schubert ist auch da. Fähig cool. Nur der hat meistens immer nur Scheiße. Deswegen ist es dann vielleicht noch nicht ganz so cool. Und ich habe irgendwie Schnupfen, seitdem ich hier wohne. Zirbenboden. Okay. So, mach mal hier. Oh, ich muss niesen. Ne, ich muss nicht niesen. Habe mal Glück gehabt. Bankautomat. Auszahlung bitte. 100. Ja, super. Gut. Dann gehen wir jetzt. Oder sollen wir jetzt zu Christine gehen? Und danach kaufen wir die Bonbonlampe, weil wir müssen eh zum Campingplatz. Ach, wir gehen erst mal zu dir hier. Hallo Schubert. Ah, okay, okay. Oh, Werkzeugtasche ist sehr cool. Sieht sehr cool aus. Gekauft. Die sieht echt cool aus. Ist das so eine Brieftasche daneben? Ja, was ist das? Kuriertasche, ja. Na, komm, wir kaufen wir auch mal. Vielleicht müssen wir irgendwann mal ein Postbotenoutfit machen oder so. Dann habe ich die Tasche zumindest. Ja, ja, danke, danke, Schubert. Die Firma dankt? Ja, tut's auch. Hallo, Kleiner. Oh, Moritz, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, mich zu begrüßen. Ich will plaudern. Manchmal ist mir die Instas lieben etwas... Oh, das ist wie gestern schon gesagt, glaube ich. Oder vorgestern. Na, ich kenne die nicht mehr. Keine Ahnung, wer das ist. So, mein Kleiner hier. Guten Morgen. Oh, ja, ja, ja. Gehörst du heute auch zu den Frühaufstern? Lass uns quatschen. Ideales Outdoor-Wetter. Da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie in der frischen Luft sind. In der frischen Luft sind. Äh, wo lebt die Olle eigentlich? Die neue... Oh nein, dann spoiler ich mich ja. Okay, wir müssen selbst suchen. Wer wohnt hier? Pamela. Dann spoiler ich mich ja, welches Tier jetzt hier lebt. Kabuki sehe ich sehr, sehr selten, tatsächlich, auf der Insel. Gefühlt ist die Nieder. Hier war es noch, ne? Ja, Christin. Okay. Oh, ich hab ja hier Blumen hingepflanzt. Hab ich ja auch schon wieder vergessen. Ja, vermehrt euch mal. Tschüss. Bitte kein Nilpferd oder Nashorn. Bitte nicht. von island doch nein mann ich hatte auch gerade die ganzen pferd arten raus sie aus meiner stadt ist er hier da ist ein ritter schwanz darf man sowas eigentlich auf youtube sagen ritter schwanz schwalm schwanz sind insekten neu das sind schmetterlinge deshalb denke ich dass man sagen darf hier ist auf jeden fall nichts enttäuschung genau auch das nie pferd war eine enttäuschung man 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 dann gehen wir hier nach rechts da ist nichts okay okay dann wir müssen das rezept suchen das ist nämlich sehr wichtig ist egal egal ich habe überhaupt keine ahnung überhaupt keine ahnung aber hier schon mal nichts da hätten wir so ein vogeldings die bund vogelfalter die leber wo sind sie sie können auch mal öfters kommen ich hätte schon ganz gerne eine goldschaufel ich würde mich natürlich dann fragen wie lange die hält aber wenn ihr nicht mindestens 10.000 schläge hält dann da weiß ich auch nicht jolanda vogeltränke die habe ich noch nicht cool aber das cool das war glaube ich das ist glaube ich echt cool ja aber sehr gut sehr sehr gut endlich mal wieder ein schönes rezept so dann kaufen wir uns mal eben die bonbon lampe da oben und dann hoffen wir dass der neue der schild platz der zelt platz typ am besten christin wieder raus ekelt das wäre nice so ich kauf mir die lamp hier nehme ich nehme ich nehme ich will ich tschüss heute kommt auch noch nie jalla wollte zumindest alle waffen einmal ausprobieren ja ist wie es blatt tun noch ein fossil weiß man nicht wieso ich die heute ausgraben weil ich lasse sie momentan immer liegen und bitte bitte ein cooler bewohner bitte eine ente du hieß ne prinz warst du nicht du hieß bist du nicht einfach qua quentin 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 ne olivia ups du bist ein mädel hallo ich bin olivia ich mache campingurlaub wo wohnst du auf dieser insel es muss toll sein hier zu leben wenn alle so freundlich sind wie du juhu es tut mir weh bald wieder abreisen zu müssen ich wünschte ich könnte für immer bleiben tust doch hihihi ich hätte nicht erwartet dass du tatsächlich darauf eingehst es wäre ja schon etwas plötzlich ich hab's lass uns etwas ganz verrücktes machen wir spielen darum dann entscheidet der zufall also wenn du gewinnst dann ziehe ich tatsächlich ohne umschweifen zu dir auf diese insel warum nicht super dann hole ich sofort mal die karten raus so zu welcher spielfarbe gehört die karte die ich gezogen habe oh gott viel auswahlmöglichkeiten das aber viel aha mal sehen ob du recht hast oh kreuz leider falsch damit wären die sachen mit der umzug dann schon mal vom tisch ich hoffe du beruhig jetzt nicht unser spiel mir zumindest hat es hier spaß bereitet ich probiere es einfach nochmal diese insel scheint wie gemacht für mich ich habe das gefühl hier her zu gehen glaubst du ich sollte auf diese insel gefühl hören und her ziehen unbedingt freut mich dass du das sagst aber ein d steht dein umzug aktuell nicht auf mein plan naja ich muss unbedingt noch die enten mit allen diskutieren ich zahl die bücher die ich ganz dringend lesen muss da kommt dieser ausbruch aus dem alter gerade recht unter freiem himmel an der frischen luft inspiriert mich sehr ich werde ein gedicht schreiben oh wir haben hier einen richtigen poeten autoren typ aber den will ich dann doch schon ganz gerne komm oliver komm komm auf meine insel es ist ja ein du willst einer einen meiner vier leuten oh klingt gut spielen will kellner kleidung hört sich gut an meine vier lieblinge rausschmeißen dann dich auch schon wieder vier ja mach mal cool schwarz dann glaube ich bei schwarz erstmal schade ich hoffe das dauert nicht wieder 20 minuten wie beim wer war das damals noch mal bei victor bei dem hund und dann wollte er älter raus haben nee nee das konnte ich nicht zulassen das konnte ich nicht zulassen komm sag einfach ja irgendwann was schön ist okay unter freiem himmel an der frischen luft zu sein inspiriert mich sehr ich sollte ein gedicht schreiben hast du lust auf ein lustiges spielchen wenn du gewinnst gehört man um punkte und klingt gut spiele nein nicht nötig ich weiß gerade gar nicht wie ich hier liege mein controller ist hinter meinem körper und meine hand auch richtig dumm aber ich habe irgendwie gerade keine lust meine hand vor meinem körper zu tun sorry das beste am camping ist draußen zu setzen mann 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 ja ja schön ich hatte auch eine idee ne ey eine sportkabel oh cool äh apropos ne enemy cross crossing crossing whatever ja der letzte part kommt wahrscheinlich erst zum neuen sommer update und zwar freitag daneben ähm denn ich bin morgen und übermorgen nicht da und ich kann da kein enemy crossing aufnehmen zeit umstellen möchte ich nicht ja deswegen werde ich es dann so machen ich hoffe das update ist dann auch relativ früh schon da nicht wie beim pokémon dlc das gab es dann erst nachmittags oder die auch nur so toll punkt leute dass der punkt den ich erzählen wollte ich glaube animal crossing updates sind immer um 0 uhr ne meine ich schon boah wie lange braucht das denn hier so ich halte b geduld und drücke einfach a oh ich wollte aber nicht laufen läuft der automatisch oder was ne tut er nicht okay ich muss meinen controller dann einfach einfach anders in der hand halten ja komm lass uns ein spiel endlich klar doch ey the boys hat ein neues ankündigungsdatum für staffel 2 da freue ich mich ja mega da freue ich mich mega so was kriege ich achso ah cool wir haben sie äh ja genau the boys staffel 2 auf amazon äh im august 2. august ich meine 2. august oder war es der 20. august irgendwas glaube ich mit einer 2 äh ja ja mega schaut euch die serie an die ist echt mega findest du wirklich hm ich könnte schweren im service center wurde über den umzug getuschelt jesse spielt wohl ja 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 klar mach jetzt werde ich etwas nervös aber ich werde einmal fragen gehen juhu cool cool wir haben Olivia da sieht auch relativ süß aus das wird aber wahrscheinlich nicht mein einer meiner top 5 sein denn da habe ich halt nur 4 also die verschwindet dann auch irgendwann noch zu meinen finalen charakteren hier äh genau gut dann kommen wir jetzt endlich zum ähm hier museum ich müsste gerade ernsthaft überlegen wo das war aber es war ja hier hinten ach danach können wir noch kleidung shoppen ich sehe gerade wir haben 8.56 das passt ja dann super 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 ähm hier möchte ich außerdem ein gewächshaus hinbauen so ich weiß noch nicht wie ich das machen werde ob man einfach dann hier weiter gehen kann könnte man vielleicht machen ja das war so meine idee noch aber dafür brauche ich natürlich den möbel die ich gefühlt nie bekomme weiß nicht irgendwie bei den anderen teilen war das irgendwie entspannter mit den möbeln weil es gab oft royal möbel und sowas und naja egal so dann gehen wir also fossilien bereich hat sich glaube ich nichts getan deswegen gehen wir da als erstes rein ich denke nämlich das ist eh voll hier so bitte die dümmen ganzen fossilien und so aber hier hat sich wie gesagt glaube ich nichts getan ich glaube ich habe es auch durch aber ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht woran man das sieht ich habe euch ins gespreche immer nur durchgeklickt also das einzige was mich hier noch stützlich macht ist dieser hier warte hier er hier peteranodon hat er keinen langen schweif oder fehlt da einfach noch ein schweif weiß ich nicht ich bin mir unsicher ich bin mir echt unsicher so hier haben wir die wie gesagt hier gehe ich jetzt nur schnell durch weil hier ist echt nichts neues wirklich nicht bei bei den insekten hat sich glaube ich auch nicht so viel getan wir haben jetzt glaube ich nur eine quere jungfer noch mehr dazu und sonst eigentlich glaube ich nicht nichts großes oder ich kann ja mal die fundorte hier äh aufmachen und was haben wir da himmelsfalter leuchtkäfer ok der leuchtkäfer und der rosenkäfer natürlich ach die ganzen goliaths käfer und sowas ach stimmt waren doch nochmal so sechs sechs ne eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht acht stück waren es ok den prachthierschkäfer hatten wir gefangen ne ich glaub meinen schon so insekten zeigt euch mal hier hier haben wir nichts hier haben wir nichts ok cool hier haben wir den schwimmkäfer vierter mai riesenwanse wasserläufer cool ah bl 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 gesichtswanz ah da honigbiene sandlaufkäfer sehr schön hier haben wir den grashüpfer glaube ich gottesanbieterin stinkwanse prachtkäfer ah hier ist der prachthierschkäfer cool ach wer ist denn da unten der leuchtkäfer ok dann schön da unten der geigenkäfer ah da ist der grashüpfer auch schön ich find's faszinierend dass käfer sich so gut äh klamm äh hochzeltern können aber ich glaube das liegt eher an ihrem gewicht oder das ist die quailjungfer die war nervig so königslibelle hier am baum haben wir die spinne ach nur die spinne ich dachte da hätten wir mehr ja hier haben wir den äh atlas spinner sehr schön hier haben wir nichts da haben wir auch nichts japanosenkäfer der war ist auch neu prachtkäfer alpenblock fichtenbock ok haben wir hier noch hier den sackträger die wespe ach das ist eine wespe da auf das sieht ja aus wie eine spinne ey sieht nicht aus wie eine wespe so hier müsste eigentlich nichts neu sein glaube ich zumindest glaube ich glaube ich ach vielleicht ein schmetterling da oben ritterpfalte schwalb schwanzbuckel wie ritter ach 27. März ich dachte schon mai ich dachte schon mai ja genau du 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 hier haben wir jetzt die motte drin glaube ich ja die motte ach die motte hatten wir schon vorher ach die mücke suchen wir doch die mücke suchen wir noch bist du mit hier dann bist du hier ne die mücke ist das das schild hierfür ja ok na spring nochmal komm war lustig ja ja ameise ok ah hier hier sind die mücken oh ich kann mir vielleicht vorstellen hat sich das geändert ich bin mir sicher ich habe gestern gesehen wie bei einer streamer ring bei einem streamer bei zombe äh das da hier war und da war irgendwas drin ich weiß aber nicht mehr was ist ja seltsam vielleicht kommt er irgendwann wieder wenn wir hier alles haben wenn wir hier alles haben also das könnte ich mir auch noch gut vorstellen finde gut dass da eine fliegen klatsche steht außerdem ok cool oh Leute ja meisen hier ist das normal so ich glaube schon ist mir nie aufgefallen naja oh oh mein wochenbericht Leute deine bildschirmzeit betrug in der letzten woche durchschnittlich 2 stunden und 2 20 minuten am tag das ist wahrscheinlich viel und manche haben vier stunden ja also es geht glaube ich noch bildschirmzeit wo ich mir das gar nicht so vorstellen kann dass ich da zwei stunden dran war am tag kunstgalerie hat sich glaube ich überhaupt nichts getan diesen monat oder können wir mal eben gucken aber ich meine nicht ich meine nicht so hier haben wir die kleopatra geheimniswüste neunter äh was war es neunter mai neunter mai tatsächlich so dann hätten wir hier noch das bild ach da mal guck mal da war der typ 2 mal hintereinander da neunzwanzigster mai also ich war jetzt auch jeden tag im juni online ne und der kam kein einziges mal 13. mai ne ich hab grad geguckt ob wir mai haben aber ne ne er kam im juni kein einziges mal ist doch ein witz oder ist echt ein witz das ist irgendwie wie vom erdbogen verschluckt worden ein großer witz ist das ey oh mein gott ok dann gehen wir jetzt noch zur hauptattraktion für diesen monat denn es gab ja sehr sehr viele haie zu fangen und ich bin gespannt wie die jetzt hier aussehen im aquarium freue ich mich drauf sind wir sind wir oh wir haben jetzt hier schon mal ein paar fische den arapaima oh warte einmal den piranha und den lachsalmer sehr schön sehr schön frosch frosch bitterling bachschmerbe katzenwilz sonnbarsch barsch karpfen kallkarpf ich glaube hier ist nicht allzu viel neues aber es sieht alles sehr schön aus und ich bin gespannt ne auf den juli weil dann hier überall noch richtig coole see kreaturen sind also kleine seestern und sowas finde ich schon ganz cool oh der titupia war da hier haben wir auch nichts was also ihr bewegt euch echt blöd finde ich naja dann gehen wir mal hier gucken boah boah ist der hammer heiros also darin würde ich nicht leben als makrele oder sardelle so die gold makrele die sardelle den mahlen der thunfisch die stachel makrele ach hallo ich wollte den heiler lesen dann hier so der achte ist ein walhai hatte da was im mund dreh dich mal bitte ein bisschen schneller nach rechts ah ne ne da ist nur ein fisch drunter ok oder ja kann sein den schiffshalter ja der fisch ist echt drunter ich dachte das wäre seine zunge gerade ok äh die makrele der hai der hai dann gucken wir mal hier unten ob sich hier was getan hat ne hier sind immer noch der riemenfisch und der anglerfisch riemenfisch anglerfisch der anglerfisch fisch leuchtet nicht mehr so sehr wie früher also die eine punkt da naja echt cool wirklich cool gefällt mir hier das gefällt mir ja dann gehen wir noch hier gucken und dann gehen wir gleich noch kleidung kaufen so so seebarsch kaiser klee schon oh der segehai warte den segehai dann schauen wir uns nochmal ein bisschen an da ist er das gute stück liegt auf dem boden kaiser und nur der kalmer ok das seepferdchen der hammerhai wow find so cool wo die augen vom hammerhai sind das ist echt lustig oder das sind das gar nicht seine augen doch oder es sieht so cool aus dieses fisch also dieser fisch das ist echt lustig das ist echt echt crazy leute also wenn ich dem begegnen würde ich glaube ich hätte tatsächlich bisschen angst bisschen pipi und dios hier hat sich glaube ich nicht viel getan ne ne ok leute ach doch die nasen ah da ist die da ist das kleine ding gut dann werden wir jetzt noch eben shoppen gehen mal gucken ob es da was schönes gibt bin gespannt momentan schlafe ich irgendwie immer nur bis 8 uhr bis genau 8 uhr dann werde ich wach ich weiß nicht wieso ich habe keinen wecker gestellt oder sowas aber es passiert momentan so ich weiß auch nicht warum also dieser diesen teilen mache ich gar nicht ok so was hast du schönes für mich ja natürlich möchte ich da rein sonst bin ich ja nicht hier ok pulli mit kopfhörern ich hatte damals eine regenjacke mit kopfhörern das war cool mhm 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 oh die sind ja cool diese shorts hier ich bin zwar kein fan von ananas aber so eine will ich oh ich habe auch zu dem b geduld statt a doch 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 ich gehe noch mal rein kleine also auf jeden fall so eine shorts hm na die finde ich eigentlich ein bisschen cooler ich nur klein ok mhm wenn dann die wenn dann die skateboards haben wir auch noch ganz cool den kaufen wir uns gleich ach die habe ich bestimmt gekauft kaufe ich die ja ja können wir tragen ja ich weiß ich bin immer großartig kleine mann 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 ob man das nicht weiß dass ich großartig und dann noch diesen hellen hier aber in der farbe so super ja sehr schön danke ok leute dann war es das mit einem kursing crossing für heute wir sehen uns am juli wieder zum update also am freitag oder ist das freitag ja ist der freitag tatsächlich ja oder am ersten vielleicht aber im ersten mich erst relativ spät da müssen wir schauen aber am dritten juli auf jeden fall wenn das neue update da ist und ja da freue ich mich dann auch wieder darauf ja na also haut rein leute bis dann euer kamito haut rein und ciao